Willkommen zurück bei einer neuen Runde Gianna Sisters Rise of the Overlord. Mario möchte heute nicht sprechen, habe ich mitbekommen. Was mache ich das? Ich lasse hier mal das Intro. So Level 5 ist angesagt, der Dunkelwald. Ich gehe in den Dunkelwald in meine Pillen. Ja, ich glaube auch. Ich komme aber nicht mit. Ja, also Anni ist dran am Start. 851 Diamanten. Mal gucken, wie viele sie nicht bekommt. Wahrscheinlich 850 oder so. Wahrscheinlich wirklich. Bei 200 Toten. Gut. Auf, auf. Eine lustige Eule. Die stürzt gerade ab. Bäm. Ja, eine kleine freut sich. Juhu, juhu. Peace. Ab geht's. Ja. Da geht's schon mal direkt nach oben, glaube ich. Aber auch nicht weit. Also ich kann hier, glaube ich, auch nicht hochklettern. Ne. Schade. Das ist nur so. Naja. Ich bin wirklich gespannt, was dieses Level hier so bieten wird. Außer, ja. Also ich finde, es geht schon gut los. Eine krasse Gefahrenzone. In den Oben haben, glaube ich, auch noch welche. Ja, ich gleich mal gucken. Nein. Doch. So, glotz, glotz, alles klar. Ich glaube, da haben wir alle. Kann man das Level ja beenden. Fertig. Ja, nein. Ey, also, für Liebhaber von Saw, äh, ein Traum, ne? Ja. Äh, ich will hier eigentlich gar nicht lang. Ach so. Na, aber das hilft ja auch. Ach so. Ja, doch. Aha. Dann gehen wir nämlich genau in die Richtung, in die du musst. Zurück, umschalten. Und zurück. Ah. Du musst viel mehr hin und her schalten. Ja, ich habe das gerade nicht gepeilt. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Ey, jetzt kommen die Ausreden. Du hast ja gerade gesehen, wie man es macht. Ja, ich lebe doch noch. Also bitte. Ja, ist alles im grünen Bereich hier. Die Pfeile zeige in die andere Richtung. Ja, das macht ja nix. In Richtung Wand. Warte mal, oben ist da oben. Mal das sogar kurz machen. Oh. Haha. So, ich gucke. Ja, also ich würde da auch mal hingehen. Du musst ja wahrscheinlich sowieso, weil du musst ja an die Wand. Das ist ja aufregend hier. Das sieht ziemlich cool aus, finde ich. Auf jeden Fall. Nur Sterben ist schöner. Tja. Du bist dann da gar nicht gestorben, oder? Noch nicht. Noch nicht. Ich arbeite dran. Mein Controller stürzt nur gerade wieder. Hab dich nicht so. Hab dich nicht so. Ich spiele halt intensiv. Ja, du hättest bestimmt noch unten rechts gekonnt. Na, guck mal. Ist auf ja. Viel mit Zersägen angesagt. Ne, sollst du, glaub ich, nicht hin. Da zeigen ja die Pfeile hin. Ja, ja. Aber hier unten, da komm ich doch her. Ne, aber da ist noch eine Wand zum kaputtponieren. Ne, ne, das ist nur... Doch. Ach doch. Doch, doch. Ah ja. Mhm. Ja, vielleicht kann ich... Ups. Ups. Passiert. Geht ja auch in die andere Richtung, ja. Die wechseln wirklich komplett ihre Richtung. Mhm. Ach so, ja. Sollte man vielleicht nicht reinspringen. Ne, sollte man wahrscheinlich warten. Das hatten wir schon mal in einem anderen Level bei dem neuen Spiel, ja. Unter Wasser. So, ich hab die beiden gesehen. Oh, die drei. Zählen ist auch gut. Eins, zwei, drei. Ne, zwei, viele. Ich hab überlegt. Äh, warte mal, da ist doch eine Schildkröte. Da kann ich ja rauf. Ja, da musst du nur noch irgendwie hoch. Ja, irgendwie muss ich... Ach, da muss ich den Fisch im Sprung verwandeln wahrscheinlich. Ne, ich glaub nicht. Naja, irgendwie so. Aber das hat funktioniert irgendwie. Irgendwie bin ich hochgekommen und ich versuche auch nicht runterzufallen. Ne, sterben wir jetzt nicht. Cool. Weil ich da nie wieder hochkomme. Oh mein Gott. Angst. Das geht hier aber weit. Boah. Nein. So, wieder was zum Kaputt hauen. Oh, Gott. Ich hab nicht gesehen, dass das... Ja, ja. Ich kann mich nicht auf so viele Sachen gleichzeitig konzentrieren. Hilfe. Ne, da ist nix zum Kaputt machen. Sagst du jetzt? Ja, na ja, guck da mal. Bäm. Da geht nix kaputt. Ja, du bist bestimmt neben gesprungen. Glaub ich nicht. Guck mal, jetzt geht's nämlich weiter hier nach rechts. Juhu. Die hätten mal ein neues Schildchen packen können. Aber wir sind ja hier nicht bei Wünsch dir was. Ich würde mich da noch mal hochponken oder runterponken. So, als ob da irgendwo bestimmt links und rechts... Ne, da kommen wir ja her. Alles klar. Ne, ich hab nichts gesagt. Aber ich flieg mal... Oh. Ah, da kommen wir bestimmt noch hin. Wo? Na, da waren rechts Diamanten. Ja, da kommen wir noch hin bestimmt. Hast du die wirklich gesehen? Nein. Ich glaub dir das einfach mal irgendwie gesehen. Ja, super. Auch wenn ich das bereuen würde. Aber hier kann ich doch nach oben. Ja. Oh. Bäm. Und Bäm. Ja. Hab ich gesehen. Hab ich eigentlich auch gesehen. Ja, oh Gott. Ratten. Ach nee. Oh, ich hab mich so erschrocken. Ich dachte, das wären irgendwelche fiesen Stacheln. Ich bin gewundert, dass ich nicht gestorben bin. Weißt du, bei dir bauen sie die Diamanten so billig hin, dass man die auch alle gleich findet. Ja. Und ich muss wieder die ganzen Geheimwänge suchen. Ich bin ja auch ein Mädchen. Ja, jetzt kommst du auf die Tour. Ja. Problem damit. Was zu beweisen wäre. Das sollte es derjenige sein, der das am besten weiß. Da kann man bestimmt nach unten. Nee. Doch. Nee. Nein. Doch. Ja, ja. Bestimmt. Ja, bestimmt. Ja, bestimmt wirklich. Aber ich hatte Angst, dass ich sterbe. Was ich auch getan habe. Ich wollte grad sagen, bist du ja auch. So. Glotz. Ja. Vielleicht auch nicht. Schade. Aber nett, dass da so eine Plattform war, ne? Dass man auch gleich mal versuchen kann. Für die Leute, die auch mal so eine Plattform. Alles auch nichts. Ach Gott. Ähm. Ja. Da geht's bestimmt auch nicht nach oben. Kommt ja alles raus. Sagst du? Ja. Sag ich. Ja. Sag ich. Ja. Mal sieben. Links. Ja. stimmt doch doch manchmal kann man jetzt schlechter kennen ja ich bringe am besten da mal rein aber ja es ist wirklich billig gemacht jetzt hier das gebe ich ja zu ja nicht dass du nachher weinst dann spricht wieder von skill der nicht vorhanden ist ein megamäßiger mordskill hier sei nicht so neidisch worauf denn geh mal links hoch ich weiß nicht dass ich sterbe ja korrekt ich weiß nicht ob ich irgendwas gesehen was nicht da ja ich hab halluzination aber nicht dass es dann heißt wir haben nicht geguckt das stimmt aber der geneigte zuschauer links oben das ist doch irgendetwas oder nicht also ich dachte das ist wenn du umschaltest kommt so eine ranke oder was auch immer ja richtig was ist mit dem geneigten zuschauer der sieht dann wieder er ist immer sofort wo wir überall was haben liegen lassen und das ist meistens so und man zuguckt erkennt man das stimmt ich hoffe darum ist nichts aber da würden wir halt auch nicht hinkommen da müssen wir den rechts sicher was zu festhalten ist okay ich kann mir vorstellen dass es dann nach oben geht ich gucke aber erst mal unten weiter da ist nicht weiter oder ist da irgendwas nach wand nach ne so herranken zeug davor sieht man so komisch aus schatten zum täuschen gott sagst du da ich habe immer angst ja ist ja so macht man das ja was denn ja du hast das ja nie gekriegt den wandsprung der rechts war nach diamanten glaube ich da oben oder ne war der eule er ist fast ein diamant roh diamant ja da muss jetzt mal rechts ja aha glück gehabt blindes huhn und so naja auch nö ich mag die geister übrigens nicht die können gerne in deinen leveln bleiben au es geht denn hier mit euch ey oh ach da war einer versteckt er hat sich da schön hinterm baum schon versteckt die nuss naja aber so kriege ich dir wenigstens noch die hätte ich vorhin glaube ich vergessen ja dafür hast du jetzt oben welche vergessen ich komme ja noch mal hoch oder nicht hier das war doch hier naja wo ich hier völlig entspannt gestorben bin und fast wieder also echt ich hasse diese geister warum soll ich hier nur die haben ich meine ja da oben da muss es doch keinen grund für geben also ich finde das ein guter grund dass wir das mal ein bisschen aufteilen hier ich finde das ist kein guter grund sägeblätter und geister zu dir ja klasse und was kriegst du tonnenweise einfache diamanten denn haben wir schon rausgefunden es gibt ein achievement sammle in level 6 also das nächste dann alle 1206 diamanten das klingt schon nach einem total guten plan nach unglaublich viel freude ja kannst du übrigens erst mal kaputt machen links ne ja jetzt stirbt wieder am laufenden band ach ja wie immer oh jetzt bin ich mal hochgesprungen bei der eule lustig war es blöder geist wo ist denn hier so ein links unten links unten ja einfach links runter stress ah ja kannst du gleich noch mal hochgehen wenn die kaputt sind einer so oben ja das macht nichts mit einem werde ich glaube ich fertig na wobei sprach und starb komm mit so jetzt dürfte ja eigentlich nichts mehr oben kommen oder wachsen die nach ich weiß gar nicht mehr ne 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 die kommen nicht nochmal neu einmal wächst und sind sie kaputt so ich hoffe ich hab nichts vergessen das sieht eigentlich ganz gut aus ja ich hab jetzt soweit auch nichts gesehen oh du kommst gleich mit freundchen freundchen ähm moment 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 ne ich dachte da oh huch ja ich dachte da geht's halt noch irgendwie zur seite das war natürlich jetzt wieder super schlau geht natürlich nicht weil nein so nicht bam juhu ich wollte nur noch nicht so weit man will ja erstmal gucken was hier so los ist okay da muss ich dann erstmal woanders hoch bam warum na darum ne weil hier kommst du nicht mehr rechts hoch ja aber ich komm ja auch nicht durch die Dinger durch na doch außerrum springen also das solltest du jetzt eigentlich schon können nach wie vielen Leveln die wir jetzt schon gespielt haben einige müsstest du das eigentlich schon pro like hinbekommen einfach mal so nach links rennen und hoch springen eigentlich schon und uneigentlich ist es immer anders na gut oh ha schade aber das machen wir nochmal ich hab ja jetzt gelernt wie es geht so bam das war jetzt richtig schlau naja ne das kann nicht immer alles irgendwo weiterführen so Mensch wir haben schon über die Hälfte ja das stimmt mehr Glück als Verstand immer da geht's nicht weiter oh mein Gott ich hab das mit dem Wechseln echt immer nicht so raus läuft doch geschmeidig ja sieht nur so aus dann kommen wir bestimmt rechts hoch irgendwo ja vielleicht ja doch bestimmt ein dicker Diamant da irgendwo dann gehen wir erstmal hier lang und dann achso ne Moment wir gehen rechts lang ist schön wie man sich das mal anders überlegen kann ja naja naja da kommst du bestimmt dann raus wenn du links hoch gehst bestimmt Suppe Schildkröten alles da oh ein Diamantenherz ja niedlich so und dann geht's nach oben juhu wirklich ganz schön viele hier auf einem Fleck ja sag ich ja das glaubt mir immer nie ja doch ich glaub dir schon dann sagt's wieder oh ist das schwer Mann ist das schwer ich glaub's auch das ist ja nicht zum Aushalten hier Hardcore Modus ne dann müssen wir wieder runter glaube ich ja und zwar hier lang ja korrekt oh Kettensägen meine Freunde also genau genommen sind es Kreissägen aber ja mein ich doch ach schön ach man Sägen halt ne ja irgendwas Schmerzhaftes auf jeden Fall tut weh und trennt irgendwelche Gliedmaßen ab wenn man rankommt das ist viel zu leicht hier finde ich du nennst das ah was machst du denn ich hab nicht gesehen dass sich da was dreht das kann man auch schon leicht übersehen kann man mach ich ja so ganz vorsichtig das war wieder total doof los mein Gott ich finde das läuft super bei dir ja ja mit Timing hier und da machen die einen Speicherstand zwischen dirin ja ich hätte jetzt wieder zehn so eine Dinger machen müssen beschwerden bitte an die Entwickler ich kann dafür nix jetzt kommt die Osreden ja oh oh Gott was war das denn hab ich irgendwas vergessen ich glaube nicht außer dass da was Schmerzhaftes kommt ja da bin ich aber gleich oben äh ja die gehen ja nicht bis ganz nach oben siehst du da kommen sie auch gar nicht durch wahrscheinlich kommen gleich über hier unten äh oh da geht's nach links juhu Party komm jetzt beschwer dich wieder ich merke da schon du willst dich wieder aufregen ich hab da schon an deiner Atmung registriert nicht mal Luft holen darf man hier ja es gibt Luft holen es gibt genervt Luft holen äh ja so billig ja siehst du du gönnst mir auch gar nichts nur weil ich dir nie was gönne ja siehst du kannst du mir doch mal was gönnen ich hab's verdient das hast du jetzt gesagt ja du gedacht nein ach würde ich nie denken ne 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 ist klar also du ja aber nicht die kleinen ja so da geht's nach rechts weiter auf jeden Fall und dann geht's erstmal nach oben da geht's nach oben ja oh dann sollten wir hier eigentlich alles mögliche haben ja oder ging's da noch weiter warte mal kurz ne 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 sicher ja bam ok glaub ich dir bam bam was hier so los sieht aber gut aus mit den Diamanten finde ich ja auf jeden Fall und da kommen wir ja da war ja der extra Gang ok jetzt hab ich grad gedacht dass da oben werden auch Sachen wo man sich wehtun kann ach so die Dinger die da oben haben naja sieht ja auch manchmal so ohr ist ach das war jetzt super schlau hier nein das reicht nicht aber wir kannst doch ne muss erst ich kann ja auch immer so machen ja ja so billig hier eh ja so billig die am meisten ein total billiges Level wirklich super billig ich bin billiger ja siehste so ach sehr lustig die teilen sich und schön Ausschau halten oh ne scheiße nein komm einfach mal nach rechts hoch springen und weiter schweben ja hätte ich hätte ich machen können wollte ich aber nicht naja ein paar Mal musst du noch sterben warum aber ich das sage wenn es jetzt nach dir geht wo kommt man da hin wenn es nach mir gehen würde jetzt so die ganzen schweren Level nicht diese einfache da würde es heute noch gegen Göbel Wockey kämpfen wenn ich das nicht gemacht hätte bitte du Lügner ein Lügenbold hier was ist denn da rechts da ist nix außer ne große leuchtende Pflanze juhu das ist aber wirklich jetzt ein bisschen billig mit den Speicherständen ein bisschen ein bisschen so da darf ich nicht rankommen aber es muss ja auch mal leicht Level zwischendurch geben warum hast immer du die ich verstehe das nicht Karma da hat jemand was gegen mich ja siehste also du ne ich hab nichts gegen dich kommt ja auch wieder runter am Ende werden zwei Diamanten fehlen ich hoffe doch nicht hier waren ja schon lange keine das stimmt aber es fehlt noch nicht mehr so viel das glitzert denn da unten rechts nichts ne Pflanze hinterm Stein oh jetzt musst du ja richtig zielen wollte ich gerade sagen shit aber gut ja und rechtzeitig BAM cool so billig bald alle ja so billig eben ja da war irgendwie so ein Sprung links Pommes hier links stimmt wenigstens einer der hier aufpasst so hallo Eule oh hallo Eule naja da kommst du jetzt oben bestimmt gleich ins Ziel wenn du da drauf punkst ich will nicht ist da da ist bestimmt noch irgendwas na kannst du links hoch ne war ne ach scheiße aber da kommst du auch nicht höher da kommst du auch nicht höher irgendwie nicht ne gut ja da fehlt tatsächlich ein bisschen was sehr ärgerlich jetzt ein bisschen was soll denn das ich weiß auch nicht wie man da hinkommen soll das bestimmt da oben ja aber links vielleicht irgendwie hoch oder so ist ja noch was zum kaputtmachen ne hmm ist ja komisch das äh ja ging in die säure ja aber ich wüsste auch echt nicht wo lang jetzt naja ist ja nicht das erste mal dass wir irgendwas übersehen hätten ja das stimmt wenn die Eule ein bisschen höher gestanden hätte aber ne du kannst doch wenn du auf die drauf springst machst du eine pirouette und dann ne es reicht aber nicht guck mal weil ich kann ja nach der pirouette nicht mehr ne ich dachte die fliegt höher ne leider nicht ja ne dann ist das halt so damit müssen wir jetzt oder vielleicht drüber springen versuch's mal ok geht gar nicht na gut schade 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 die 13 diamanten das ist ja auch nicht mehr da schlimm 19 mal gestorben man ist das schlecht ich lasse mich überhaupt nicht sagen gut dann vielen dank fürs zuschauen und wir sind auch schon sehr gespannt was uns so im nächsten level erwartet insbesondere Mario die menge fehlende diamanten vor allem wahrscheinlich am ende ja und es ist übrigens das level vor dem endboss es wird also demnächst spannend also dranbleiben und beim nächsten mal einschalten dann geht es hier weiter genau mit dem versagen na denn ja bis zum nächsten mal schönen tag noch und wir sehen uns tschau 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 tschau